Dieses Mal kommt er nicht mehr zum Appartieren. Nein, aber blieb den. Aber blieb den. Akzeptabel, Schade. Wir haben hier Grant Pagil. Oder den Schill. Grant Pagil? Was will der? Ich habe mal von einem Typ gehört, der hat Schill Gnäcki geheissen. Ich habe Schill Gnäcki. Also Gilles geschrieben. Oh, es wird zu Ultrigaria. Oh, was? Hey, ciao miteinander. Da sind wir wieder zurück bei Pokémon. Dem einzigen wahren Pokémon-Spiel. Ja, voll. Zumindest momentan für uns definitiv. Ja, also wir haben schon recht Progress gemacht. Also der Leanback hat da schon ein Spike. Also eben, ich habe da auch mein Tito gemacht. Oh, du hast so diese mega coole Mände. Ich konnte mir da ein Spike ergattern. Jetzt sind wir wenigstens etwas schneller unterwegs. Ja, voll. Wir haben ja gesagt, wir machen weiter, wenn wir so oft um die Level 20 rum sind. Und ja, es ist einiges gegangen. Und ja. Ich habe jetzt Garados. Ähm. Wie heisst es? Glutexo. Ich habe noch ein Knopf Fensern angefangen zu trainieren. Haut Haut hat es kaum entwickelt. Nidoran männlich auch. Und ja, Pikachu ist halt Pikachu. Ja, voll. Pikachu ist immer noch Pikachu. Aber ja, ich glaube das... Sobald ich mag mit dem Tito, dann fliegst du aus dem Team. Ah, da hat irgendwie noch so einen Haunt, der Wettflash-Chef. Genau, ja. Ah, ja. Wir haben jetzt die MSN erkunden. Pirates, they took over the MSN. Aber was? Everybody run! Ah, okay. Team Rocket ist auf dem... Team Rocket ist da auf der MSN. Weiss was das heisst, oder? Nehmen wir die Ausschalte da. Da haben wir irgendwie noch so einen Reporter. Ja, die haben wir. 3, 2, 1. Das ist Lucy Star. Live von Channel Konto. Ah, okay. Die machen da eine Live-Berichterstattung. A young trainer coming my way. Ja, ja, ja. Blablabla. Tadadadadada. Ah, wie lange willst du noch schrauben? Ja, ich gehe an Bord. Ja, ja, ja. So, also wusch. Ah, Bart, wo bist du? Ja, ich bin noch da, eben bei dem Dialogen. Ah, ah. Ah, okay. Die haben mich da irgendwie wieder zurückgeschickt. Ah, das ist die... Das ist eben die andere da. Die, die nach Joto fährt. Ah, okay. Oder? Oder? Oder nein, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Oder was hat er gesagt? Warte, äh... Ich habe es nicht gelesen. Oli... 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 Ja, ich glaube... Ich glaube, die bringt dich schon nach... Ja, die bringt dich, ich glaube, nach Joto. Ah, okay. Ja, je nachdem. Ja, je nachdem. Auf jeden Fall können wir noch nicht hin. Können wir noch nicht hin. Und die da ist, äh... Island-Einwand. Ich sehe wie eines. Ja, wir müssen zuerst mal kommen. Sevi, okay. Okay, alles klar. Dann müssen wir runter. Jo. Äh... Also haben wir auch noch irgendetwas? Ich habe etwas zu sagen. Hast du ein Ticket? Äh... Ja, 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 ja. Mach ich mal jetzt. Äh... Ja, Mann. Ah, ja, doch. At your service. Ah, ja. Satsch! Wenn wir nicht mal auf dem Mount trug. Also bauen wir irgendwo einen, der erste Jahr, oder? Ah, da kommt schon am Battle. Ah, das war der erste Team Rocket-Type. Easy. Mal akzeptieren, da. Alles klar. Fulcano. Okay. Äh... Ja. Ich kriege die Entscheidung, ob ich da... Da nehme ich mein Ding, glaube ich, nicht rein. Sonst, ähm... Sonst, ähm... Woher gehen wir? Zuerst noch Fulcano vielleicht, oder was? Ja, eh. Machen wir Fulcano fertig. Mäh. Ja, das ist akzeptabel. Das ist schade. Mäh. 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 Noch zweimal. Ja, schade, schade. Oh, elendig. Was? Der Flammenrad. Fuck, jetzt. Das ist ja noch mal auszuschalten. Das mal kommt er, glaube ich, nicht mehr zum Appartieren. Schön. Nein, aber Bitte. Was habe ich gemisst? Aber Bitte. Du bist doch kein Fransch, Mann. Ah. Wie kann das sein? Der Scherz ist vielleicht tot. Ähm... Ja. Sehr gut. Ich hoffe, dass es da irgendwie so... Müssen wir da wieder rausrennen zum Heilen? Oder wie kann man das da irgendwie auch? Hm... Keine Ahnung. Also, ich glaube... Kann man wieder zurück, kann man nicht wieder zurück. Wir werden es gesehen. Das ist die Frage jetzt. Aber ja, jetzt mal schauen, was ein Knockout so kann. Du und ich das Ding, oder was? Easy, ja. Dann mal schauen, wie fest das jetzt schne... Ah! Ah ja, genau. Das war, glaube ich, nicht so gute Idee. Ah nein, jetzt bin ich noch paralysiert. Das war vielleicht gerade die beste Entscheidung gewesen. Es geht aber wenigstens etwas anderes Fleisch mehr. Das ist schon mal etwas Positives im Negativen. Eben, Furry Swipes ist nämlich schon noch geil. Ja, voll. Wenn es genug jemand gibt. Wenn du mal ein Boy für Kombo hast. Voll. Okay. After the Cuts HM. Ja, eben. Sie brauchen den VM zu schneiden. Und den wollen wir auch. Ich bin jetzt auch schon irgendwie... Ich bin jetzt auch schon irgendwie paralysiert. Aber... Ja, man kann. Man kann wieder raus. Ah, okay. Ja, gut. Dann kann man riesig noch mal rasch ins Kopf. Und sonst... Aber ich kann jetzt nicht mehr rein. Ah, du kannst nicht mehr rein? Ah, doch. Ah, doch. Sollte schon, oder? Ja, ja. Das Game! Das Game ist fertig, Leute. Wir kommen nicht mehr in der Nähe. Ja, voll. Ich glaube, da in den einzelnen Räumen finden wir auch noch so Pocke-Bälle und so weiter. Also da können wir eigentlich von uns durch die Räume durchbrügeln. Schau, da geht es schon rein. Genau. Und ich glaube, irgendeiner heilt dich da auch. Tomi, schauen wir mal, was das macht. Ah, das sagt mir nichts. Oh, das ist so exciting. Ach, ich muss den Papierkopf schauen. Immer im Papierkopf. Oh, schau, das ist schon etwas. Hyper-Posche! Voll. Immer die Dinge abchecken. Papierkübel. Okay. Stopp. Raus! Jetzt ist die Frage, wo gehen wir rechts oder links? Äh, fangen wir mal da links an. Likes. Gehen wir mal da rein, oder was? Das sind alles Räume, oder? Ja, ja, voll. Na gut, ich hätte es so ganz aus angefangen, aber ja, später keine Rolle. Ah, schon. Ich habe gerade gedacht, da weisst du wo. Was haben wir? CM44. Okay. Krübel. Nicht interessant. Nicht interessant. Nicht interessant. Nicht interessant. Wir haben da einfach mal ein bisschen in Dreck rumgewälzt. Scheisse Papiere und so weiter. Und äh... Andréa! Weddingcruises are so much fun. Ah, das ist eine Flitterwoche. Mit ihm. Oh, ja. Sie wollten eine Hochzeitsreise. Oh, ja. Und was haben wir da drin? Nichts. Im Kribbel ist nichts. Ah, okay. Ah, da sehen wir dann schon den nächsten Team Rocket Member. Der Samo. Ah ja, der hat wirklich keine Chance. Der hat wirklich keine Chance. Ah, da hat es noch eins. Was haben wir da? CM31. Hm, nice. Da kommt mir ein Schwettier-TMS über. Wimmeln von TMS. Wimmeln von TMS. So. Was willst du? Äh... Ja. Der zwei Fiechis. Ja. Den machen wir doch wieder blitzfertig. Von Kano. Äh... Das ist wieder gut. Ich könnte auch mein Ding nehmen, mein Sandam. Ist Boden gegen die Feuer nicht auch gut? Ja, doch. Das ist sogar sehr gut. Und dann könntest du den Garados nehmen, oder? Er kann leider noch keine Wasserattacke, aber... Ja, ja. Aber er kann dann nicht fliegen? Ja, doch, doch. Ah! Ja, genau. Ah ja, genau. Jetzt mach ich da mal den. Du Densität. So mal, wie das rauskommt, ja? Ja, psss. Waaatsch! Garados macht auch schon schön damage. Und Mundab Games ist da. Aber das... Jaaa... Akzeptabel Schaden. Eben, eben. Das Andan stellt sich doch mal relativ gut raus. Und jetzt am Schluss da. Mhm. Äh... Auf die andere Seite sind wir aber noch nicht gegangen. Nein, egal. Aber gehen wir erst auf die andere Seite, oder was? Oder erst da? Ja, da ist die Küche. Ja, gehen wir mal die Küche plündern. Okay, gehen wir kurz zu plündern. Hast du mit dem Mate? Was macht der? Ah, der will battleen. Ah, der wird battleen. Ah, der wird battleen. Boah, der hat irgendwie vier, oder was? Ja. Ja. Joöö. Alles klar. Ja, jö. Ich glaube, die schaffen wir. Yeah, yeah. Ah, ja. Oh, und er macht Härtner. Und jetzt machen sie beide Härtner. Mal schauen, ob das den aber gleich so viel bringt. Hä? Naja, nicht gegen den Windstoss. Oh, Raupi. Bist du, wenn du mir nicht auf den See fahrst, irgendein Käfersammler? Was ist los? Wer hat nur Raupis und Kokunas und so ein Team? Unglaublich. Und vor allem auf Levent 20, gell? Ja, und noch nicht mal entwickeln. Ja. Ich lerne da irgendwie... Oh, was lernst du? Oh, eine neue Attacke. The Twister. The user vibes. Tornado. This may also make them flinch. Äh... Äh... Also, es schreckt zurück. Attack. Ja, ja, irgendwie so. Flugattacke. Wie heisst die nochmal? Twister irgendwie. Twister, glaube ich. Das müsste irgendwie ein Wirbelsturm oder so etwas sein, was das heisst. Ah, aber da haben wir die engste Gegnerinnen. Aber es gibt halt irgendwie auch so Flugattacke, wo du irgendwie halt... Oh, er hat mich angeschaut. Und es gibt so Flugattacke, wo halt auch... Die Leute einfach eben so... Demgegen seine Pokémon auf eine Bank da wieder schiessen. Aber ich glaube, das ist doch... Aber ich glaube, das ist doch... Ja, voll. Ich weiss, was ich meine. Aber ich habe gemeint, dass... Ja, es ist ja auch Wirbelsturm oder so. Aber der hat nur... Der hat nur so ein Dingens da. Äh... 21 Jahre. Ich glaube, zweimal... Elektro-Pokémon... Sollte schon klappen. Sollte schon klappen. Schauen wir mal. Boah, was? Was? Oh shit. Was? Er ist einfach noch am Leben in Sam. Warte, jetzt gibt es gerade einen Quick Attack. Aber das ist vielleicht mal. Ähm... Ah ja... Locker... Ich habe eben gemeint, da kommt irgendwie ein Wasser-Pokémon mit dem Sailor. Aber dann kommt er auch mit dem Majolo. Ja... Oh, ich habe mich da wieder angeschaut. Was? What's the sound of the battle? Oh, der hat drei Pokémens. Sailor-Villain. Ja... Oh, schön, das geht schon besser aus. Ja, ja, das geht schon besser aus. Ähm... Ja, ich glaube, der Acht über den Link. Ja, ja. Bam! Und weg! Wann schon! Ähm! Oh, da können wir noch... Oh nein... Nur Sepers! Ah ja, ich verstehe. Die sind da in der Küche und sie machen halt so Gravetten und so. So machen sie dann... Ja... Ein kleines E-Bärchen. Ja... Aber ich glaube, hier ist schon ein solches Gemüge. Ah ja... Ja... Ja, vor Ort... Die haben sie jetzt... Jetzt hast du Gravetten-Salat. Okay... Ah, da... Sollen wir da mal wieder spielen? Ja... Was gibt's? Obtänen... X-Attack. Eins. Okay... Die... Die X-Attack-Items, die habe ich eigentlich nie wirklich eingesetzt. Wo ist sie überhaupt? Ja, die kannst du einsetzen und dann steigern jetzt halt... Ähm... Wie im Battle... Die kannst du im Battle einsetzen, dann wird der Angriff gesteigert und so. Ah, okay... Aber... Das ist nicht so spektakulär. Ah... Tentaka! Shane! Ah... Ja... Dann machen wir nochmal... Elektroball... Ich geh... Kannst du links? Ich geh also schon aufs Tentaka los. Wie ist sie? Ähm... Mh... Mh... Sie sind schon ein bisschen zäger. Doch noch schneller! Die sind gleich noch schneller, oder? Vielleicht auch deswegen... Ja... Mh... Scheisse... Mh... 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 Zum Besten... Ja... Vielleicht hat dann einfach einen Donner-Schock jetzt vielleicht auch hier... Ah... Simsela... Ja... Lienberg hat jetzt auch schon Simsela... Das ist... Ähm... Zum ersten Mal kommt es da auch mal irgendwie noch... Ähm... Zum ersten Mal kommt es da auch mal irgendwie noch... Zum Eis als das Simsela... Hm... Geht an... Nein! Das ist ein kleiner Kratzer gewesen... Nehm... Bam... Ja... Das ist natürlich ein Crit... Wenn es ihn gar nicht mehr braucht... Ein Zweier-Crit! Ja... Komm ich ja nur dann rüber... Schau mal da noch... Ah ja... Da hat's noch so irgendwie... Ah... Ja... Da hat's nichts drin... Ja... Donuts auch nicht... Das ist nichts drin... Nein, halt nicht... Ja... Ich verstehe... Ich verstehe... Ja... Das ist ein Gehörschrank... Hm... Jetzt mein Pikachu... Miss Pikachu... Muss ich einfach noch Schuhe heilen... Mal mal... Dann kann ich mir einen Potion gegen... Ja... Aber das ist nicht besiegt worden... Ist es... Ah... Was? Ah nein... Ich sage auch nichts... Das ist gestorben... Fuck... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Du gehst dann wieder... Oder was? Ja... Ich komme wegen einem Viech... Hm... Und die andere... Geht sich ein bisschen zu... Warte... Da hat er... Da hat er aus... Da hat er die jenste Wasserviecher... Hm... Ja... Das war schon... Ich hätte uns gerade noch etwas trainieren können... Weil das ist auf Level 17... Nein... Ja... Sollte ja bald beginnen... Penny... 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 Are you the tour guide? No... That's a shame... Wow... Ist das... Nicht drin im... Nicht drin im... Nicht drin im Abfall... Okay... I'm getting... Heee... We're going... Here... We're going... We're going... Max Potion... Auch nicht geschlafen... Okay... Top... ...nuch im Abfall... Ah... Alles klar... In's Bett kann man nicht einfach... Schlafen oder was? Ehe... Ne... So wie der Meister... So wie der Meister... Gehen einfach ins Bett... Die werden nicht besser... Ding Ding Ding... Nein... Irgendwo sollte es eben schon einen Teil sein. Einer sollte heilig sein, oder? Ja. Hier ist noch ein Ding. Es ist nachvoll, aber nichts drin. Okay, das ist nichts. Da haben wir die typischen japanischen Stühle gesehen. Sie sehen einfach so Küsse auf dem Boden. Aha, die knündeln ja die ganze Zeit. Und die haben auch nicht wirklich ein Schlafzimmer. Also ich glaube nicht immer. Traditionell. Also traditionell. Traditionell. In der Stube einfach deinen Schlafsack auszudingseln. Und dann rufst du den Tag durch und rufst dann wieder weg. Im Wohnzimmer spürt die Kinder an. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das auch schon nicht mehr so. Nein, jetzt haben die da Grand Park Gill. Oder den Schill. Grand Park Gill? Der Schill. Was will der denn? Nein, nein, nein. Der sagt nicht wirklich viel. Nein, nein, nein. Der sagt nicht wirklich viel. Nein, nein. Ich habe mal von einem Typ gehört. Der hat Schillgnecke geheissen. Schillgnecke. Ja, Schillgnecke. Ja, Schillgnecke. Also Gilles geschrieben. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich bis jetzt noch einmal. Ich kann mir nichts Schweizerischeres vorstellen. Gaiti. Gaiti. Was ist? Gaiti. 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 Auch nichts. Okay. Okay. Hm. Kann man dann hier. Wenn es hier nichts ist, ist es nichts drin. Da ist gar nichts drin. Ja, da ist gar nichts. Da ist wirklich gar nichts. Okay. Aber jetzt, woher? Ja, in die andere Richtung. Jetzt wären wir Teleport in 10 Sekunden ready. Okay. Willst du dich teleporten? Ich warte sonst einfach schnell. Easy. Warte. Ich glaube, einer wäre rasch. Warte kommen. Aber dann wollen wir hier den Typ suchen. Vielleicht finden wir hier gerade noch den Typ, der uns heilt oder so. Äh. Falls wir irgendwie Glück haben. Ja. Gehen wir weiter. Jetzt geht es ja mal ins Oberdeck. Da unten sind wir schon gewesen. Ja, da oben. Da unten geht es in die Küche. Warte, da haben wir Team Rocket Team. Ah, da haben wir Alex. Alex. Okay. Mhm. Alex, da sieht man schon, ist ein recht femininer Name. Ja, Alexa. Da ist... Alex. Ja, Alexa wäre ja wieder ein anderer Name wie Alex. Ja, ich wäre einfach kurz vor dem Alex. Also, kann auch mal liegen. Eigentlich hat ja Alexandra geheiss. Und der hat auch immer alle gesagt. Ähm... Ja, gut. Jetzt haben wir die gegenüber. Was ist guter wie die? Psycho. Psycho. Ja, gut. Dann gibt es eigentlich nur etwas, oder? Gut. Nein, es ist Noctur. Ah, jetzt ist es Noctur. Wut-Hut gibt es nicht mehr. Aber jetzt hört doch mal auf! Das haben wir doch gerade die vollbreite Zeit für den wieder. Kommen. Hier, ist ein Konzenier. Ah, 52. Der... 48... Ach... 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 Unglaublich. Nein, zwei. Nein. Ouch, I failed. Ja, da hast du recht. Ah, was hast du gemacht? Da links oder da rechts? Rechts würde ich mal meinen. Ja, gut, auch rechts meine. Oder was ist links? Weil da sieht es aus, als ob da irgendwie der Bossgegner kommt. Keine Ahnung. Greg? Was ist mit dir, Greg? Dann reden wir mal mit... Get a room. Okay. Da oben hat es noch irgendwie einen Pokéball auf der rechten Seite. Ein Item, oder? Eder. Eder. Die alte Schachtle sagt uns auch nichts gross. Ich glaube der Fischermann sieht nach einem Wettel aus. Ja, der kommt gerade. Okay. Okay. Er hat drei Viecher. Naja. Das werden wahrscheinlich Wasser-Pokémon sein, wenn man kann. Okay, leider ist jetzt mein Pikachu weg. Komm. Ähm. Ich werde jetzt einfach mal Gas trinken. Und mal schauen wie das läuft. Warte mal. Ich glaube das machst du schon dort. Ich bleibe schon mal der andere. 4-4. 4-4. Nice. Yeah. Zwei Mal. Super Schall. Tentaka. Ähm. Ähm. Dann äh. Mach mal Donnershock auf Tentaka. Sonst. Ja. Der Monarch Games nimmt ja schon mal die Linken. Ah, aber das ist... Das ist... Nicht einmal so effektiv. Oh, schön! Naja. Akzeptabel. Schade. Er macht Hohnattacken. Mieses Stück. Elektrobau. Macht er das? Ich muss wirklich sagen, früher habe ich aber nie einen Furry Swipe so gerne gehabt. Aber jetzt langsam fühle ich schon... Ja, wenn er 5 mal trifft. Ja, voll. Wenn er nur einmal trifft, wie viel. Faint. Was ist schon wieder Faint? Ah, jetzt? Wenn Attack das Turkt ist... Haben wir schon. Ah, nein. Da kann man nicht weiter. Ah, du hast schon Attack Returned. Mhm. Was ist Faint? Hey, was steht denn bei der Beschreibung? An Attack that hits a target using Protect or Detect. This also... Ah, gut! The effects of those moves. Ja, gut. Eben, das heisst natürlich... Weil Protect oder Ding macht natürlich, dass du ihn nicht hitten würdest oder so. Dass er sich vor dem Schlag würdest schützen. Aber wenn du Faint machst, würdest du ihn halt gleich durchhauen oder so, gell? Aber eben, das ist halt nur mehr oder weniger useful, wenn er völlig wie Protect hat oder wie das, gell? Du weisst, so eine Schütz-Attacke, gell? Ah, so... Würdest du durch diese Schütz-Attacke durchholen? Ah, nein, dann lernen wir das nicht. Nein. Äh, was ist auf der anderen Seite? Ah, nichts. Also ich habe nichts gesehen. Okay. Was war ein Maschendrad-Sound. Was war ein Maschendrad-Sound? Haha. Okay, wenn wir die Gegnerhorden prügelen. Ja, würde ich schon mal meinen. Okay. So Clearing. Gut, also immer gegen einen, dann wieder in den Raum. Einen, wieder in den Raum. Ja, irgendwie so. Okay, dann machen wir gleich den Elektroball. Ah, ich habe nur noch zwei AP für das. Okay. Soll ich mal Furi Swipe auf den anderen? Ja, vielleicht mal Furi Swipe. Damn. Ja, schon mal down. Und Attack Missed. Was? Oh, Donnershock. Okay, es ist schon mal hier. Ah, parallelisiert. Okay. Ah, nur zwei Mal. Ah, nur zwei Mal. Autsch. Das hat ein wenig mehr Schaden gemacht, als es hätte sollen. Ah, Mann. Für das habe ich es noch nicht mal entwickelt. Ah, Mann. Und ich miss es wieder. Nein, jetzt sterbe ich. Nein. Ah, ja. Kommt dort auch mein Nidorin rein. Ah, da kommt noch etwas. Nein, das bin ich. Ah, das war bei dir. Ich muss das schnabeln. Ah, damn. Stimmt. Ah, sehr schnell. Art, schauen wir mal was es im Raum drin hat. Ah, ja. Schauen wir mal hier rein. It's only Borg. Ah, die ... Oh... Die wird mir beschleun. Okay. Okay, akzeptieren wir. Äh, die hat ja nur zwei Bichern. Das ist so ein relativ... Ja, was? Easy! Ja, ja, das ist so gut. Oh, brabfratz Top Kick. Top Kick. Armaraschen kommen aus. Und... Da ist schon weg. Wollen wir doch noch... Top Kick. Hör mal auf. Ja, jö, willst du uns streicheln oder was? Ah mein Gott, das kann Statik... Eben... Kack Statik. Ja, ey, das ist super nervig. Sobald du angreifst, dann wirst du... Ja, super elendig. Du wirst mich nachher auch gerade paralysiert oder was. Ja. Ja. Ja, nice! Du Sau-Ludy! Paralysierst aber... Hm... Und äh... Und äh... Und äh... Was hat es da gemacht? Was hat es da gemacht? Nein... Ah, das? Was ist das? Nein, nicht... Nicht schlau aus. Nein... Ja... Ah, der hat das Gengar. Hm... Auch nicht schlecht. Toll. Ah, ja... Warte, ich muss mal kurz auswechseln, da ist mein Ding paralysiert bis jetzt. Wechseln hier. Okay... Kommst du auch ins Battle? Ich bin da irgendwie anscheinend... Ja, anscheinend... Ich bin ja schon im Warte. Ja, also... Bei mir steht da irgendwie... Waiting... Moondark Games... Bei mir steht genau das Gleiche auch. Ah... Ich... Leave... Ja, das geht nicht. Äh... Ja, muss man da jetzt noch länger fahren, oder was? Ja... Bei mir steht auch Waiting... Hm... Wollen wir das jetzt einen Ego-Battle machen, oder was? Ja, gut, der Witz hat jetzt eine Ego-Runde. Easy... Hat der eine Wagen oder ein Pokémon da? Ja, fliess es nicht da rein. Ja... Ja... Da macht mein... Sinsela... Ein Hit... Und ciao! Tschüss... Schon weg... Ich bin schon fertig... Haha... Okay... Ich warte dann, bis du fertig bist, und dann gehen wir in den nächsten Raum rein. Sinsela ist ja schon richtig nice, weil das habe ich schon immer gewusst. Ich muss auch mal schnell das Nocturne reinholen. Das Ganze ist eh wegges... Nein, jetzt ist er noch vergiftet! Oh no! Scheissviech! Ich bin dein Nocturne vergiftet, oder was? Ja, man... Ah, da hat es einen Balder in diesem Raum... Nocturne... Rare Candy... Sonderbonbon... Ja... Sonderbonbon... Nice... Das haben wir immer gerne mit... Vielleicht hat es irgendwie noch unten im Ecken... Einen Ding gekippelt... Ich sehe es aber nicht so richtig... Dann muss ich wieder Ruhe laufen... Dass ich etwas etwas runtergehen kann... Oder auch nichts mehr kann... Ja... Ja... Barclay... Gut, ich hoffe, wir können... Ah, jetzt! Jetzt sollte es wieder gehen... Aha... Yes! Yes! Ich bin gerade richtig für dich, oder was? Fun... Ja... Da... Ich werde mich noch mal aufpowern... Obwohl... Ah, der Tache ist aber Gift... Dank... Mensch! Hey, Simsalam! Mach da überall einen One-Hater, Mann! Ah, Musch... Mach du... Sonst, äh... Ja... Also ich habe noch mal das Ding... Ja, ja, ja... Ja... Spektrum, oder? Musch... Nein, ich zäure! Nicht verdiften! Naja... Ah, ich... Ich lerne Psybeam! Ah, das ist gut! Im nächsten Raum hinein würde ich mal meine... Chloé... Chloé... Was meint die? Was meint die? Was meint die? Ich meine nichts... Ah, Kübel... Ah, da hat es etwas... Ach, bei dir hat es etwas gehabt! 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 Ach, bei mir seid ihr nicht nothing interesting! Ach, wirklich? Oder habe ich da einfach irgendwie auf die Seite gedrückt? Ich bin da irgendwie gestanden und dann habe ich... Ah, da! Ja, der hat jetzt einen Pokéball... ... an Bord! Ah, der ist einen Pokéball noch rumgelegt, oder was? Jawohl! Musi... Ok, nächstes! Elisa! Elisa? Ja... Die Elisa kommt jetzt drunter! Ach, schau was Elisa hat! Jaja... Bin ich gegen Kampf gut, oder? Weiss gar nicht! Ja, gegen Kampf sollte es glaube ich auch gut sein! Ok, probieren wir mal! Jaja... Batsch! Bäm! Nein! Nein! Ich sage noch Fans an, bis ihr nicht verwirrt... Aber ja... Hat sich erledigt! Ich hole dich da aus dem... Ich hole dich da aus dem... Ich hole dich da aus dem... ... aus dem Klamass... Ah, da hat wieder einen Pokéball... ...Braidball... Ah, ein Superball ist das... Nein! Das ist ein grosser Ball! Ja, in dem Fall! Nein, das ist nicht... Eher Trevor... Trevor! Trevor? Von TPA oder was? Ah, ja gut... Mal schauen, was Trevor so macht... Ich kann dir sagen, was der macht... ...nicht, weil der wirklich lüge... Warte, jetzt machen wir mal... ...zuerst mal ein wenig Wachstum... Ja gut... Ich muss gar nicht... Ich mache mal Psybeam! Ja, das wird ein Weg... Wegsmashen... Ja, mit Simsalat... ...wird man glaub... ...gehalt... Oh! Es wird zu... ...Ultrigaria! Oh, was? Entwickelt sich's schon... ...Flevel 21... Nice, nice, nice... ...Ultrigaria ist nice... Ich habe da irgendwie noch ein paar Lootboxen bekommen... ...ich habe immer wieder... ...nach zwei Lootboxen... Ah ja, ich habe irgendwie noch fünf... ...da muss ich auch mal schauen... Ja, voll... Ach, ich habe mal die Schmalboxen... ...ich habe irgendwie... ...20 Pocket Gold... ...okay... ...ich habe irgendwie neue Kleider bekommen... ...Kalzium... ...ah, was geht... ...was haben wir da... ...was sind das für die Klamotten... ...haha... ...haha... ...ich habe irgendwie auch neue Wut... ...ich klingt wie so ein Bisasam... ...ich klingt wie so ein Bisasam... ...oder was... ...haha... ...lol... ...ein Bisasam-Kostüm... ...ich habe irgendwie noch eine Wut bekommen... ...ich habe irgendwie noch eine Wut bekommen... ...werden wir da... ...kostümbefall... ...das ist noch ein bisschen besser... ...Superball... ...Ped-Up... ...eins... ...okay... ...kommt... ...etwas Gutes... ...ein Liebesball... ...eh... ...ein Liebesball... ...ein Liebesball... ...okay... ...nicht Speziers... ...nicht wirklich... ...ja... ...ich wäre geil, wenn ich wieder einen Masterball bekomme... ...das wäre... ...eben... ...der Moonward Games hat ja einen Masterball bekommen... ...und dann haben wir wieder einen Superball... ...kostümbefall... ...da hat es nichts drin... ...da hat es nichts drin... ...das sieht geil aus... ...und jetzt bist du da mit dem Ultra-Guardian... ...wenn ich... ...ein... 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 ...Drigaria wird da... ...gerads... ...verschnetzen... ...bäm... 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 ...so... was macht er? ...bäm... ...bäm... ...drigaria jetzt... ...is schon ein wenig mehr Power... ...woll... ...kwoll... ...gut für den wird es nicht lang... ...auf Einschlag aber ja... ...davor habe ich erreicht... ...dach doch... Ah, zack! Wird alles weggekommen, nicht mehr jetzt? Und Level Up! Ah ja. Ich glaube, da kann man auch noch eine irgendwie. Stardust? Stardust? Sternstaub? Ich weiss das schon wieder. Aber da kann man seinen Pokémens eigentlich auch ein Item geben. Ah, ich glaube, ich weiss wie. Du musst es dann in die Box ziehen. Also wenn du auf eines deiner Viecher klickst, und dann hat es ja rechts neben dem Bild von ihm so einen Kasten. Und ich glaube, dort müsste es ein Item ziehen. Ah! Und du musst eben bei Inventory, du hast ja irgendwie die Hold-Items und die sind eben zum Gehen, oder? Genau. Und ich habe nur... Was hast du dort? Weiss Glasses. Ich habe bis jetzt eben auch nur Weiss Glasses, irgendwie. Boost the Power of Special Moves. Ah, okay. Okay, gar nicht mal so verkehrt. Wenn wir da... Ja, da kommen wir glaube ich langsam in den letzten Bereich vielleicht. Okay. Ah, da, schau mal an. Wer ist da? 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 Wir haben vielleicht ein wenig Medizin verteilen. Antidoten einfach. Also, hier. Wie man sieht man, dass die haben da den Kapiten relativ geiselig drin. Der steht drinnen. Ich habe hier die drei Huse ... Wie glaube ich. Wie Fiesling! Wie Fiesling! Ähm... Wo ist jetzt da? Ja. Ich finde es wenigstens auch mal geil, dass man wirklich Jesse und James auch sieht, weil bei der ersten Editionen sind ja glaube ich nie wirklich Jesse und James aufgetaucht. Ja, nur in der gelben Edition. Oh, also in blau und rot hat es ja noch nicht wirklich Jesse und James. Nein, das waren es einfach nur Team Rocket Ripple. Voll, voll, voll. Äh, quatschen wir mit dem? Hast du auch schon geredet? Nein. Voll. Who's that? Mundark Games again. Oh nein. I remember the name. We met in Mount Moon. Blablabla. Blablabla. Sie haben vier Pokémon, sehe ich da schon? Ja, sie haben eben noch ein Kano. Ah, okay. Dann hätte ich auch schon fast irgendwie ein Ding nehmen am Anfang. Mein Shigi. Also mein Shiloh. Ja, komm mal hier mal hier. Mach mal fertig. Sein Kopfstoß. Psybeam. Ähm. Was? Nur so wenig? Was? So viel Damage? Was hat der Zeug? Was hat der Zeug? Ah, er hat die Verfolgung oder so etwas eingesetzt. Ah, okay. Oder? Nein. Hä? Es ist ja manchmal zu viel zu schnell zum Lesen. Ja, voll. Damn, ich muss mich nicht verheilen. Ah, sie haben ein Karpot. Sie haben ein Karpot, oder? Okay. Okay. Ich hoffe, das kann nur platschen. Bam! Okay, es ist nach den Pokémon Episoden anfangen. Haja, aber es kann... Aber er kann noch einen Tag, oder? Es ist der Sendkopf schon, es geht zu schwach. Ähm, warte mal kurz. Ich habe mir da rasch Medizin in den Simsel, will ich nicht unbedingt auch noch verlieren, da. Denkst du, einen normalen Pokémon sollte nicht lange, oder? Ähm, ja. Also, kommst du ab zu 20 Karpot, aber da hast du wieder 31, gell? Ich glaube, das sollte auch schon lange. Ah, bis. Ah, weiss. Kann ja bis. Was? Wann ich eigentlich verarschen, oder was? Weil ich glaube, vielleicht kann es sein, dass der Captain uns nachher einen Weg heilt, oder? Vielleicht, ja. Ich bin mir nicht sicher. Weil ich weiss, dass wir irgendwie noch gegen den Gary müssen wir doch auch noch mal irgendwo da rumschlagen, oder so. Ah, kommt der noch mal? Ah ja, voll. Ich glaube, irgendwo taucht der doch da noch auf. Hm, okay. Ich mache mal einen Twister auf den Ding, um zu schauen, was das bringt. Ah, das ist auf alle. Ich hoffe, ich treffe dich nicht an. Ja, nicht schlecht, würde ich mir meinen. Nächste Runde sind die Maus. Ich mache dann nochmal einen Twister. Und man sieht, die Maus sind wirklich schnell. Ich habe immer zuerst angreifend aus dem Dreck. Ja. Was ist schon so im Vulkano geworden? Again? Ich glaube, das hat es schon wieder verkauft. Of losing against the little kids. It hurts just a little bit. Ah, dieses Mal nicht. Ja, 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 ja. Ah, da hat es noch etwas in Kribble. Die Heifer-Posche. Und von Captain Ramirez hat man jetzt eigentlich den VM bekommen. Was? Ja, wir haben unsere erste VM. Alles klar. Also in Englisch HM genannt. Was einfach so eine Frechheit ist, die kann man ja nicht mehr verlieren. Und es ist einfach wirklich absolute Frechheit, dass der Zerschneidering so unglaublich schwach ist. Ich würde einfach vor allem an einem Pokono nehmen, den du wirklich nicht brauchst oder so. Ich hoffe einfach, dass Gary nicht da irgendwo um die Ecke zu rennen kommt. Was soll ich jetzt denn? Hm. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal ab. Ich mache auch noch irgendeine Simpsons, glaube ich. Mhm. Freitschuh. Ah, sind wir schon oben gewesen? Äh, ja, dort ist ja... Ah, links. Dort geht es ja nicht weiter. Gut, dann nehmen wir ja ein paar Mal raus. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt alles gesehen, ja. Easy. Hallo, Gorogos. Hallo, die Gyridos. Was hat denn das? Was ist denn das für ein Ding? Gell? Irgendein Beich musst du nicht kennen. Ja, hey Leute, ich würde mir meinen, oder? Die MS-Anne haben wir gestanden. Äh, ja voll. Ja. Easy, ja. Dann geht es um die nächste Station, die Blitz-Arena. Oder wie man das jetzt heisst. Oder Elektro-Arena. Major-Bob. Ja, zum Major-Bob. Aber ja, wie wir dahin kommen, das sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis bald. worlds. Bis bald.